Ich lerne Deutsch. Nummer 15504 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Diesmal ist der Geburtstagskuchen ziemlich klein. Ich habe die Kerzen ausgeblasen. Diesmal ist der Geburtstagskuchen ziemlich klein. Ich habe die Kerzen ausgeblasen. Die Persönlichkeit beeinflusst unser Verhalten und unsere Entscheidungen. Die Persönlichkeit beeinflusst unser Verhalten und unsere Entscheidungen. Die Persönlichkeit beeinflusst unser Verhalten und unsere Entscheidungen. Ich bin wieder unterwegs zum Shopping und hoffe, noch viele neue Teile kaufen zu können. Ich bin wieder unterwegs zum Shopping und hoffe, noch viele neue Teile kaufen zu können. Elefanten können mit ihren Füßen Geräusche hören, die durch den Boden übertragen werden. Diese biologische Tatsache zeigt die besondere Kommunikationsfähigkeit der Elefanten. Paintball ist nichts für Kinder, aber wenn du älter als 18 Jahre bist, kannst du mitmachen. Paintball ist nichts für Kinder, aber wenn du älter als 18 Jahre bist, kannst du mitmachen. Paintball ist nichts für Kinder, aber wenn du älter als 18 Jahre bist, kannst du mitmachen. Schau mal, ich stehe hier oben auf dem Schneehaufen. Schau mal, ich stehe hier oben auf dem Schneehaufen. Du musst dich für deinen großen Tag schick machen. Dann wirst du auch wahrgenommen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Schau mal, ich stehe hier oben auf dem Schneehau. Ich stehe hier oben auf dem Schneehau. Ich stehe hier oben auf dem Schneehau. Gebe ich dich für deine Freunde.